Im heutigen Video soll es darum gehen, wir ganz einfach bei euren Amazon Fire TV Stick den ganzen im Prinzip komplett einmal löschen könnt, alle Daten entfernen könnt und auf Werkseinstellungen zurücksetzen könnt. Das Ganze ist relativ einfach und zwar gehen wir dafür ganz nach rechts, so wie ich jetzt hier und dann kommen wir hier nämlich in diese Übersicht. Also ihr seht das Ganze, kommen wir hier in diese Übersicht und hier gehen wir einmal runter und anschließend gehen wir nun einmal hier auf mein Fire TV. Wir drücken hier also einmal drauf und dann haben wir jetzt hier Info, Rechtliches und Konformität, Ruhemodus, Neustart und dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle persönlichen Daten und heruntergeladen Inhalte von deinem Amazon Fire TV Stick 4K werden entfernt. Das heißt dort drücken wir einfach drauf, dann wird das Ganze komplett zurückgesetzt und ihr könnt ihn dann zum Beispiel weitergeben, wenn ihr den irgendwie verschenken wollt oder ähnliches. Ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen, falls ihr ja sehr gerne ein Like und Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen und dann würde ich sagen, das war es von mir und bis zum nächsten Mal.